Im Rahmen eines fünfjährigen ERC-Projektes, was an der Universität Zürich angesiedelt war und von Silvia Sasser geleitet wurde, hatten wir die Möglichkeit, über fünf Jahre in diversen osteuropäischen Archiven Aktenberge anzugucken. Wir haben in diesen über fünf Jahren mehr als 7000 Seiten gelesen und viele Highlights aus dieser Masse von Archivmaterial rausfischen können, die wir in der Ausstellung zum ersten Mal auch präsentieren. Einer der größten Entdeckungen und Überraschungen und auch Funde, wo wir auch den Titel von dieser Ausstellung ableiten können, ist, wie ein Künstler zum Agenten und ein Agent zum Künstler wurde und zwar aus Überzeugung. Und dieses Beispiel kommt aus Ungarn 1973 am Balaton in einer Kapellen-Atelier-Ausstellung, was von Djordje Kolantoy organisiert wurde und wo die gesamte Avantgarde der damaligen ungarischen Avantgarde versammelt war und deswegen einen idealen Beobachtungsort auch für die Stasi geboten hat, tauchte ein Mann mit langen Haaren in einem blauen Hemd auf. Er hat sich in Künstlerkreisen als Laszlo Olgol vorgestellt und kam in den innersten Vertrauenszirkel um die Theatergruppe von Peter Hollas. Als er dann am Balaton ankam, hat er selber eine Performance angemeldet sozusagen und organisiert. Und zwar hat er um diese Künstlergruppe herum und um das Publikum herum ein Netz gespannt. Und dieses Netz hat er weiß angemalt und mit diesem Netz hat er sein Publikum, also sein Blickfeld, so eingekreist, dass diese Menschen dort gefangen waren. Was diese Menschen, die dort saßen, nicht wussten, war, dass das tatsächlich so war. Denn Laszlo Olgols wahre Name war Gustav Habermann im Zivil. Aber als Agent hat er als Petri Sultan für die Staatssicherheit schon 1973 angefangen zu arbeiten und war einer der Vielschreiber unter den Agenten. Er hat in 14 Jahren über 100 Berichte über die gesamte, fast über die gesamte Bandbreite der ungarischen Avantgarde verfasst, war selber Kybernetiker, Psycholinguist, hat gelebt aus den Gewinnen von Radio-Quiz-Shows, war hochintelligent, hat selbst Gedichte geschrieben und keiner hatte ihn im Verdacht. Es war einer dieser Schockmomente nach 1990, als die Archive geöffnet wurden, wo Jörg Golantai darauf kam, dass er als Petri Sultan reihenweise auch über ihn Berichte an die Stasi weitergegeben hat, in dessen Konsequenz sowohl Peter Hollas Theatergruppe das Land verlassen musste, als auch die Kapellin-Atelier-Ausstellungen von Jörg Golantai geschlossen wurden. Zu dieser Geschichte gehört auch, dass Jörg Golantai nach 1990 seine Akten als einen einmaligen Akt in der ungarischen Geschichte überhaupt kennen wir keinen anderen Künstler, der seine gesamte Akten, der sein gesamtes Aktenmaterial offen zur Verfügung gestellt hat. Und eine Journalistin hat Laszlo Allgol ausfindig gemacht in Neuseeland, lebt er bis heute, ist bis heute Psycholinguistik-Professor. Und als diese Journalistin ihn fragte, ob er sich eigentlich nicht schämen würde für seine überaus engagierter Tätigkeit, hat er nur geantwortet, er würde sich pauschal bei allen entschuldigen, die er überwacht hat, aber er versteht seine Rolle als Verbindungsglied zwischen Künstler und der Staatssicherheit und Künstler und der Staatsapparat, weil seiner Meinung nach war das eigentlich ein Verständnisfehler zwischen den beiden, die dazu geführt hat, dass Happenings, Performances und die Staatspropaganda sich nicht gut verstanden hat. Man kann auch im heutigen Ungarn beobachten, wie subversive Künstler oder Künstlerinnen, die nicht der staatlichen Kunstverständnis entsprechen, auch heute noch als westliche Agenten bezeichnet werden, gezielt diffamiert werden, auch als Künstlerinnen und Künstler diskreditiert werden. Künstlerinnen und 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 K